Liebe Mettgemeinde, wir möchten mal wieder was von euch wissen. Für den elektrischen Reporter suchen wir jetzt wieder Videoantworten zum Thema Urheberrecht. Sagt uns doch bitte kurz in die Kamera, ob ihr das Urheberrecht, wie es jetzt ist, für noch zeitgemäß haltet. Und wenn ja oder auch wenn nein, warum? Bitte haltet euch kurz. Romane werden im Fernsehen nicht gesendet. Ja, wer dann genommen wird, hat dann die riesig große Chance, tatsächlich beim elektrischen Reporter bei ZDF Info ins Fernsehen zu kommen. Danke.